Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Mönchengladbach-Urdenkirchen-Mitte. Die Wohnung verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 110 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1200 Euro pro Monat. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. 3 4 Vielen Dank.